hallo und herzlich willkommen zu einer runde world of tanks der premium lagen gibt hier heute ein t14 ein premium panzer für die wochen herausforderungen ausbildungslager einer zwei bis drei okay so viel gold habe ich keinen mehr ich habe nur 99 so dann nehme ich mal die würfel in die hand ach bevor ich würfel ich habe was geändert ich habe meinen französischen dingens verkauft und dafür jetzt den mx 13 75 verkauft und dafür habe ich mir den s 35 ca gekauft weil ich wollte von jenen zwei haben also sprich wollte zwei schwere panzer haben zwei leichte zwei mittlere zwei artillerie ein jäger zwei jäger ja ich habe mich dafür entschieden den deutschen und den chinesischen als schwärmpanzer russen und franzosen als als jäger also das zeige ich mal die schwärmpanzer bei level 10 wenn ich da irgendwo einkommen deutscher schwere panzer wäre bei mir die maus ein chinesen der schwere panzer wäre bei mir der hier der 113er dann die russen da hätte ich den jäger genommen oder bin ich auf den weg zum jäger das wäre hier oben objekt 268 und der franzose da habe ich mich jetzt auch für den jäger entschieden das ist der foch 155 bei den amerikanern und wie bei den briten habe ich mich für die artillerie entschieden dass wir der t92 und ja das steht da und wer wo gc und wieso und bei japanern die leichten der stb stb 1 und bei den tschechen da leichte mittlere das wäre tvp t 50 51 und leichte gibt es ja nicht im szene bereich deswegen werde ich ob es die zwei leichten behalten hier vorn die beiden dazu meine panzer wo und ein hab ich dann immer noch übrig und dem werde ich dann immer wechseln je nachdem wo traurig gerade bock habe wenn ich dann überhaupt noch geld habe weil das wird ja jetzt schon ziemlich teuer ja jetzt starten wir die runde ich fange an zu würfeln und ich habe eine 6 1 2 3 4 5 6 und dann legen wir jetzt mal richtig los hier mit der m12 wir haben die bischof die briten haben sie so geben sie acht ich habe euch etwas mitgebracht so wie ich mit meiner art hin ich glaube ich ich gehe da um rechts irgendwo rein oder da unten oder hier vorne ne da oben da oben guter platz hinter den steinen da oben oder hier vorne ist merken wo die stellen sich die meisten so dann schauen wir mal so 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 also wir haben hier diese flagge die gegner und da haben wir schon den ersten los kommt bleibt stehen bleibt stehen bleibt stehen der fährt hier vorn ran hat das zurück bleibt dastehen hallo fahrs zurück bleibt stehen noch mit jetzt fährt er hier hoch wirst der ist ja gleich kaputt der ist kaputt der ist auch fast kaputt der ist kaputt die Su 152 schöne schöne Panzer ganze schöne Panzer und hab ich den jetzt getroffen oder wo hab ich hingeschossen damit kommen wir nicht ran oh da großer OI oder heißt das an aus das Zeichen 0 ist das Zeichen 4 aus und 1 ist an der hat gesessen der hat gesessen nix gut da steht hier hinter das war das war so dann würfeln wir mal neu eine acht 1 2 3 4 5 6 warte mal habe ich am vergessen wusste ich doch 1 2 3 4 5 6 7 8 und die andere artillerie ich glaube heute wird den artillerietag nur abgeließe abgeließe satelie satelie so als immer noch gucken war ich die einzigste war die einzigste art wie bei uns die strecke mag ich doch nicht mal für artis unterstützung wurde angefordert nicht wenig ich kann mich hier fest ich kann mich hier fest ich muss doch bitte vorwärts zu langsam Vielleicht doch lieber rückwärts. Oh, hier, hier, da, da, genau. Gibt's doch nicht. Ach, wollt schon sagen. Hey, musst. Schneller. Bleibst du, oh, Menno. Bleib du, oh, Menno. Immer wenn ich einen am Visier, fahren sie weg. Ob die das wissen, dass ich die am Visier. Da komme ich auch nicht hin. Da hinten, da. Und, und, ah. Beste. 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 Das ist dein Weg. Nein, bleib stehen. Errischt! Bleib doch ruhig stehen. Der war doch schon ganz organisiert. Da haben wir da nix. Nee. Das sieht übel für uns aus. Obwohl. Nein. Was wird. Oh, 33. Habt ihr das gesehen? 33 nur. Den krieg ich nicht. Doch, den krieg ich doch. Das war knapp. Wie soll ich denn da helfen? Geht doch. Oh, noch das schwere hier hinten. Ah, wo ist denn der? Angst gekriegt, na? Und die Atti. Oh, der kommt mir entgegen. Was war das? Was war das? Warum blendet das hier? Geht das geblendet? Toll. Okay. Die Atti ist bestimmt hier irgendwo. Ihre Unterstützung wurde angefordert Warum wollen die mich in einer Gruppe einladen? Ich will doch nicht Wofür? Wir sind sowieso gleich durch Hey Zeig So, das war auch eine schöne Oh, ich war drittbeste Mal schauen Kann ich was verbessern Obwohl über 50.000 Ablehnen Ich will nicht in Zug Eine 7 Habe ich gewürfelt Warte mal, ich habe die 6 Und das muss der sein 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Jawohl, ja So, das ist jetzt mein neuer Neuer, neuer Panther Also ich bin heute eigentlich ein Defensivspieler Spiel eher hinten Also ich greife es voran Aber von hinten Die Schwärmpanzer sind ja normalerweise Defensiv Sind vorne aber Ja Wie sagt man das dann? 3 3 Artis Wer hat denn da den Sandhaufen hingepackt? Ich glaube er hat er noch nicht da Mensch Mensch Das war's für heute. Ich bin hier noch gar kein Netz gekauft. Das war knapp am Michael vorbei. Das war's für heute. Das ist zu gefährlich für dich. Da ist eine Antille. Warum stellt die sich so dicht hinterm Haus? Das war's für heute. Der ging voll durch ihre Panzer um. Voll durch, aber nichts abgezogen. LOL. Bin wir da verarschen. Abpraller. Die Stürze ausgefallen. Wir feuern blind. Der Fahrer ist geliefert. Die Steuerung reagiert nicht mehr. So, nur eine Atti. Mach die Wand kaputt. Da fahr ich jetzt durch. Ich glaube nicht. Come on then. Come on then. Ja. Das war mal wieder ein Sieg zu mich. Ich habe auch wenig Geld gekriegt. Naja egal. So. Und da muss ich noch zwei Sachen erweitern. Erneuern. Ausbauen. Reicht doch wenn ich die eine hier ausbaue. Räuchte die ja nicht. Na mal schauen. Ich glaube ich sollte mal hier. So Aufträge machen. Die sind nicht verfügbar für mich. Okay. Feuerprobe. Was muss ich hier da machen? Abschuss mindestens zwei. Ja okay. Das will ich bestimmt auch schaffen. Erstens gewinnen sie das Gefecht. Zweitens Abschüsse mindestens zwei. Drittens. Seien sie einer der bestsehenden Spielern ihres Teams. In Parametern erhalten. Erfahrung. Okay. Ich glaube was will ich schaffen. Affenbrüder. Muss man die irgendwie annehmen oder. Dinge oben. Vorgaben. Ach. Genau. Bestimmte Wandsamer. Ah. So geht das. So läuft der Hase. Warte mal. Wie sieht denn das aus wenn ich einen mache. der noch nicht verfügbar ist. Vorgaben. Na dann. zufällig zufällig zufällig. Und da haben wir. Und da haben wir. Freie. Okay. Gut. Ich sag mal das wahrsten. mit meinen drei kleinen Runden. Die letzten zwei waren ein bisschen länger. Deswegen mache ich jetzt zum Schluss. Und ich freue euch. Hat es gefallen. Und ich würde mich freuen wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß. Und auf Wiedersehen. Ciao.